Musik Wenn der Ofen einfach mal weiter heizt, auch wenn er zum Beispiel auf 300 Grad eingestellt ist und weit höher heizt, so muss dieses Betriebsthermostat ausgetauscht werden. Wenn das Display eine Fehlermeldung anzeigt, ist höchstwahrscheinlich der Fühler defekt und muss ersetzt werden. Wenn das Display gar nichts anzeigt, dann muss das Display einfach getauscht werden.